Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einem kurzen neuen Video von mir, denn es ist eine kurze Eilnachricht. Ich glaube viele Leute wissen es, aber vielleicht die Leute die es nicht wissen, das Finale bei der Euro 2016 steht gerade in der 45. Minute. Da steht es noch 0 zu 0, aber es gibt leider eine bittere Nachricht, denn Cristiano Ronaldo wurde verletzt. Ausgewechselt, er hat auf jeden Fall einen Schlag aufs Knie bekommen und das sah schon ein bisschen heftig aus. Er hat es dann noch weiter versucht, aber wurde dann in der 30. Minute ausgewechselt. Also Portugal hier im Finale bei der Euro 2016 ohne Cristiano Ronaldo. Ja die Szene hat doch ein bisschen bitter ausgeschaut, also ich denke jetzt mal nicht so krass, dass jetzt irgendwas gerissen ist oder so. Aber anders als wenn ich mir jetzt hier dieses Bild sehe und er dann selber, er hat es ja noch einmal 15 Minuten probiert und er hat es dann am Ende aufgegeben. Also wird es dann doch ein bisschen mehr dahinter sein. Also leider, es ist hier Halbzeit 0 zu 0. Also leider eine traurige Nachricht für die Leute die es noch nicht wissen. Im Finale bei der Euro 2016 wurde Cristiano Ronaldo verletzlich ausgewechselt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer Manuel. Ciao. Ciao. Ciao.